Musik Halt, bleib stehen! Hat dir keiner beigebracht, bei Rot nicht über die Ampel zu gehen? Nein, hat keiner! Hey, Maddy, meinst du, wir können dich ein Programm entwickeln, mit dem wir dir der Kleinen beibringen können, bei Rot nicht über die Straße zu rennen? Ja, das sollten wir hinkriegen. Lass uns doch direkt loslegen mit dem Programm. Ist das Spiel fertig? Nein, das Programm ist noch nicht fertig. Musik Ist das Spiel denn jetzt fertig? Nein, du musst dich noch etwas gedulden. Musik Jetzt muss das Spiel schon fertig sein. Hey, das Programm ist jetzt fertig. Setz dich doch bitte hin. Also, das Spiel ist ganz einfach. Immer wenn die Ampel grün aufleuchtet, musst du auf den schwarzen Kreis mit der Maus draufklicken. Wenn du es schaffst, nur bei grün auf den Kreis zu klicken, dann kannst du allein über die Straßen gehen, okay? Rot, gelb, grün, gelb, rot. Du hast leider zu oft bei Rot auf den schwarzen Kreis geklingelt. Wenn du möchtest, kannst du es nochmal versuchen. Ja, bitte. Rot, gelb, grün, treffer. Gelb, rot, grün, treffer. Fertig. Musik Lass mal kurz schauen, was du gemacht hast. Hey, nur grüne Treffer. Sehr schön. Grün und los geht's. Musik Dann kann ich bei Ihnen auf Wiedersehen. Musik 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 Musik